Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Jubiläum. Vielen Dank für die Arbeit, für Chancengleichheit und Gerechtigkeit in einer Zeit, in der Survival of the Fittest, Struggle for Life, für viele die Devise ist, ganz wichtige und gute Arbeit, die ihr macht. Und ich wünsche für die Zukunft ganz viel Zuversicht, Gottes Segen, viel Glück, guten Austausch, interreligiösen und Austausch mit säkularen Menschen und eine gute Hand für alle Dinge, die der CVJM in Zukunft anfasst. Vielen Dank.